So, guten Morgen und jetzt fahren wir nach Ostfriesland, weil wir das eingeladen worden sind, zu einer Einweihungsparty, aber wir gucken uns morgen auch noch Ostfriesland an, also ich würde einfach mal sagen, los geht's. So, guten Morgen. So, jetzt sind wir auf dieser Feier, aber da könnt ihr euch natürlich nicht so viel mitnehmen, weil es eine private Feier ist, aber ich fahre gerade noch ein bisschen Longboard in diesen kleinen Dörfchen und das Haus ist mega nice, das ist richtig groß, aber jetzt gehen wir erstmal noch weiterfeiern und morgen fahren wir nochmal nach Hamburg. Darauf freue ich mich auch extrem, dass wir nochmal kurz nach Hamburg fahren. Ciao. So, wir sind jetzt fertig mit Frühstücken, packen jetzt alles zusammen im Auto, also packen wir jetzt alles ins Auto und jetzt fahren wir durch nach Hamburg, weil wir nochmal einen Abschlüchter nach Hamburg machen, weil wir uns auf der Strecke liegt und gucken wir uns nochmal Hamburg an, die Elfphilharmonie und alles sowas. Aber ich würde einfach mal sagen, wir zutschen jetzt einfach mal nach Hamburg. Und bop, wir sind in Hamburg. We own this place, like we own this place, we walk around, like we own this place, like we own this place. We look around, like we on our way, like we on our way. Don't worry about us, cause we on our way, cause we on our way. Hey, there's a lot of people I don't trust right now. I don't wanna hear them tell them hush pipe down. Got a lot of X's like a plus size gown, cause I'm fed up like I eat upside down. I hate how they act so kind, but behind closed doors, whole cast don't shine. Saying we should all work together, but a city full of clicks, like a telephone line. Alright, goodness, I've been putting work in, as somebody, feeling myself, yeah, I'm on my own shit, like I just sat my ass on the party. Standing on the couch, putting these bucks in the air, like I just blasted a shotty. I mind, mind matters, holly, as soon as me and my friends find your party, then we walk around, like we own this place, like we own this place, we walk over. Okay, wir sind jetzt von diesen Tauern runter. Ja, das war mega cool oben, also es war wirklich cool, weil man saß wirklich direkt an der Glasscheibe und dann ging es direkt drunter. Was auf dem World Trade Center in New York nicht warm, man konnte nicht nur da stehen, aber man konnte schön sitzen, wir haben auch Flammkuchen gegessen. Ja, es war sehr schön, aber jetzt sind wir auf dem Heimweg oder fahren wir jetzt gleich los nach Berlin wieder. Ja, aber es ist ganz schön warm hier in Hamburg. Na gut, das sieht man vielleicht auch ein bisschen, weil ich hier ein bisschen so schwitzig bin und so, aber ich hatte nochmals. Da oben saßen wir gerade. So, da oben saßen wir, das war mega cool, auch ein bisschen teuer, aber es war auch gut. Also es ist für jeden empfehlen, wenn man nach Hamburg ist, in diesen tanzenden Türme heißt es. Da mal hoch zu gehen ist kostenlos, aber man muss halt oben die Getränke zahlen, das ist klar. Aber es ist sehr, sehr schön da oben, wirklich. Also es ist für jeden zu empfehlen, mal da hoch zu gehen. So, dann machen wir mal hier die Lue zu. So, okay. So, dann machen wir mal hier. So, dann machen wir mal hier. So, dann machen wir mal hier. Ja, 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 ja.